Musik Musik Das war's für heute. Dann fängt es zur Ungeblichkeit, zur Verschämlichkeit, zur Verschämlichkeit. Der alte Schweiß beginnt mir aus jeder Rücken meines Körpers und meines Nerfers, während ich versuche nach Ausdürfen, die den Anschein zu warten, dass alles in Ordnung ist. Denn das Letzte, was hier in so einem Moment ist, ist mit irgendeiner, als ich so einer hergelaufenen, degenerierten Kreaturen zu sprechen, die Schulter anzünden, dass ich mich gerade so fühle. Alles dreht sich und es fällt mir immer schwerer, ein wenig einfach loszuschreiten bei dem, was ich gerade in meinem Kopf höre. Ich will, dass es aufhört, mach, dass es aufhört. Ich bin von dem Mond zu Mond verzerrt mein Gesicht zu einer zornigen Hühne. Jeder einzelne Muskelvater von meinem Körper ist an dem Kopf des Reiches angespannt. Und mein gesamtter Körper ist bereiter zu jeder Zeit komplett auszupassen. Es riecht sich an, als würde ich in Flammen stehen. Alles flammeet! Alles flammeet! Kalte Schweißen! 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 Kalte Schweißen!